41, das ist Marco Hölzl aus Nörderbruch, die 134, er ist Axel, der Vorjahressieger vom Racing Team Licht und Planung aus Gregelbach. Dann haben wir noch mit dabei die 133, Michael Huber aus Loch, 2. Platz letztes Jahr. Also, wir haben den Sieger, wir haben den 2. Platz mit dabei, hier im Finale der Kurz. Das sind die Finalisten, Rennleitung, Strecke frei, meine Damen und Herren, siegern sich die Plätze, hier geht's um den Sieg in der Kasse Kurz. Schafft er das, Tobel?